RL Blue. Die Wohlfühlfasern für Kissen, Steppbetten und Matratzen mit dem Plus für die Umwelt. RL Blue wird aus recyceltem Social Plastik von der Plastikbank hergestellt. Circa 10 Millionen Tonnen Plastikmüll gelangen jedes Jahr in die Ozeane. Unser Partner Plastikbank ermutigt Menschen in benachteiligten Gebieten, Plastikmüll zu sammeln und honoriert sie mit Prämien, die ihnen neue Zukunftsperspektiven und eine bessere Lebensqualität ermöglichen. Das gesammelte Plastik wird gereinigt und zu Social Plastic recycelt. Dann werden die Flakes zu feinen, flauschigen Fasern verarbeitet. Das Ergebnis super kuschelige und behagliche Kissen und Steppbetten. RL Blue. Seien Sie dabei!